Gut, Andrea, ähm, erst mal total cool und stark, also das war schon total spektakulär, wie sehr ihr da mit dem Rücken gesprungen ist, ähm, sehr schön, auch deine Signalgebung, also man hat sie gar nicht gesehen, das ist immer gut, ähm, äh, checkert sich ja so ein bisschen beim Hohen, hat er gesagt, wuff, 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 was du ganz geschickt gemacht hast, also du hast an zwei Stellen diese Pause eingebaut, wo er sitzt und du drum herum tanzt, beim ersten Mal hat er, hat es dich wirklich gerettet, weil danach hat er nicht mehr gebellt, also das hast du wirklich ganz geschickt, ob du es bewusst oder unwust gemacht, das war genau das Richtige für ihn, du hast es sehr schön belohnt, einzig ein bisschen auffassen, dass du unseren Musikmann nicht frisst, das war ein Scherz, ähm, und du hast einmal ihn angefasst, ein bisschen drauf achten, ob, ob uns das vorsehen oder so, aber manchmal verpassiert ist ja, ne, ansonsten, wie gesagt, du hast uns voll in die Bibi-Landstrumpen hineingeführt, sehr schön, hat uns super gut gefallen, vielen lieben Dank. Ich darf dann die Doreen Brauner bitten, an den Seiteneingang zu kommen, die Carmen Schmidt fällt uns noch im Aufwärmring, die Carmen Schmidt sollte dann auch sich bereit halten und so langsam, ich glaube, ich sehe sie schon da im Hintergrund kommen, ja, ja, sie kommt. Und wir sehen jetzt die Vorführung von, äh, Sonja Scheurer mit Abby, wir sind immer noch in der Funklasse, das heißt, die Richter geben ein Feedback, noch keine Benotung, es werden keine Vergleiche der Vorführungen miteinander gemacht, das sehen wir erst dann nach der Mittagspause, äh, wo es dann um die Pokale oder, ja, sowas ähnliches mit Pokale da hinten rechts geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, äh, wo es dann geht, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus